jawohl da wirst du gerade überhäuft obwohl ich jetzt wieder mal die zuschauer begrüßen wollte nein zu schnell ja willkommen zur nächsten folge die rückfahrt wir haben es heute ein bisschen eilig nicht nur alleine der schiffe ist auch wieder dabei er ist gerade stinke sauer hallo am kochen innerlich ja auch jetzt klappt so wir haben jetzt schon 17 nachher gehen wir auf realistische zeit kommt noch jemand warte mal kurz auf dich nein alles klar abfahrt so rückfahrt mal gucken was da was gleich wieder passiert ja dort und bringt der markt und angeeckt als oh weißt du was mir auch letztens passiert ist wo ich mir oben das pizza bestellt habe aber lieferando heißt er gibt so meinen namen ein mein adress und die blöde sau weißt du dass diese blöde app nimmt meinen nachnamen nicht an obwohl er eingetragen war kommt der typ dann vorbei wo ich auch handy nummer und e mail adresse angegibt hat er so ja da steht nur sascha ich so guck danach aber du bist doch ein scheiß teil ey hat er meinen nachnamen nicht übernommen obwohl ich ihn eingetragen hatte ne ja super das war aber lustig ich bin dann immer runter gegangen hab dann immer hab dann immer das erste dann abgeholt so steigen sie ein geben sie gas es geht kein a es geht nur schnell good afternoon good afternoon ja dann müsste man noch so eigene begrüßung herein machen justin das wäre nicht schlecht ja so eigene 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 ansagen hierfür ach guck mal wer da kommt kollege ich bin schon auf der rückfahrt so perfekt nehm schon am besten umlauf vier ne oder umlauf sechs also vorne ist die bucht ich wollte schon wieder früher anhalten ja weiß ich habe heute so komische reaktion das ist so deswegen morgen früh stehe ich auch schon wieder um 3.30 Uhr auf schnippel dann die videos dann weiter so aber das heißt wir haben schon mal das geld für die äh für ruhrgebühr für ruhr doch rupertal das rupertaler land haben wir schon eingeführt ja 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 sag dann gehend mach du mal der bader der väter da ne aber sicher doch nein das ist doch das wird es ist doch wie immer wer die 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 spät und ganz klar reinbekommen ich habe ja richtig reingeschissen 3 2 alter geht ja gar nicht aber die x-linie da die da bin ich mal gespannt drauf so ich habe keine 24 mehr keine umlauf 34 du musst auf klick mal auf alle linien auf alle linien alle linien draufklicken nimmst du dein geld direkt den gegner das heißt so viel wie justin macht feierabend das keller schmerz alles gut so mein lieber komm lieber haben wir schatz bin gut heimgekommen das ist gut das freut mich mausi ich hoffe deine was machen denn deine kopfschmerzen dann hat es mit der bahn da geklappt auch mit der straße bahn weil mannheim ist heute ist so sorgen kind weil die lasse manche nachtfahrten nämlich echt ausfalle wenn sie personalmangel haben oder krankheitsbedingt ich bin unterwegs ja hat alles geklappt und meine schmerzen sind nicht besser das ist natürlich nicht so gut naja ja habe ich verleert weißt was auch noch witzig ist das schaß denn meine freundin hat in der küche nur ein licht das sind diese strahler da wo du das hast also diese wozu weiß nicht wo es doch keine leds gab da wird die hauptsache paar strahler so beim baumarkt zahlst du so für eine lampe so fast an die sechs euro das haben wir heute bei uns ins blätt in blättel reingeguckt noch bei lidl sind sie mal angepft für drei euro hauptsache du fährst im baumarkt und holst dann für fast sechs bis acht euro dann halten sie wieder nicht lange echt so mache die eher geld ey weißt du hauptsache ich habe die tage sieben euro für eine scheiße grüne ausgegeben weil die einen e27 anschluss hatte und kam kam eine idee leider nicht darauf folgte bei mir so viel stress so es gibt schaffen wir das nein schaffen wir natürlich nicht doch schaffen wir doch nicht nein die geräule gekühlt hat er zieht aber auch da weg ey na was ist mein lieber wer soll noch was oder möchte das ist ein weißer transporter der steht sonst stehen sie stehen sie rum und dann ist der motor immer weg wie letztens bei der folge wo ich aufgenommen habe sage ich immer wenn da wenn dann weiße weiße transporter steht und da ist kein motor drin da war da war halt der osten aktiv ja ich glaube du hast bestimmt rot gehabt nein ich hatte grün nein nur grün die wiederholung will ich sehen mein freund der haut hier ab der haut mein glück kommt gleich wieder zurück schaue und du kannst es überholen ich habe so ein glück aber ich konnte nicht mehr nicht mehr ich konnte nicht mehr aber ich konnte nicht mehr mal ab hier so ein so so eine raser würde ich niemals tu ich komme da einfach möglich was kickdown macht es einfach möglich ja ich habe mich gerade mit 92 den berg runterrollen lassen ein tag im fahrs oder was los das war klar kaum komisch eingerollt will ich hin mit und tschüss guck deine satansbraten hier an zu Ah ja. Ich habe gerade was aufschreibe. Welche Tour sind wir als erstes gefahren? Ach, das war die SB20. Ja genau, SB20. SB20 heute. Ich denke mal, dass die dann so gegen 19.30 Uhr dann rauskommt heute Abend. Ups. So, aber ich sage, das ist das. Weißt du, wenn ich ACC trainiere, das wird so richtig lustig. Ich habe es schon mit dem Pedal von Logitech probiert, aber das ist so brutal. Und vor allem, es wird witzig, ey. Keine Erfahrung, noch gar nichts, ne? Aber Hauptsache, fahren, fahren, fahren. So, ich sage, das ist so gut. Am Mühlenteich Ja super, geil Und ich darf natürlich wieder stehen bleiben So gut aufgeholten Justin rennt man schon weg Meier Chef macht auch guten Umsatz Was hast du gesagt, du kriegst immer 1 Euro pro Tour Was? 1 Euro pro Tour kriegst du Mit 300 Du Euro-Shopper, du Ich kenne jemanden, der kriegt eine galtes Kürzung Wenn meinen sie denn? Integri Sascha, der kriegt da mal so richtig fettig als Kürzung Von 20 Euro auf 5 Cent die Stunde runter Ich krieg gleich mein Spichse Mein Spichse, Alter Spitz und Büchse Neues Wort Ich krieg gleich mein Spichse Mein Spitzstiefel So Bei den Menschen, die hier so langsam unterwegs sind Geil Das Wetter sieht auch vor der Tür gerade richtig cool aus Ja, was kommt in Zukunft für die ESG? Okay Haben wir da was Neues? Wollen wir was Neues planen? Oder Wollen wir das erst mit Januar machen? Ich plane nur erstmal im Moment nichts Neues Weil mir das halt nicht mehr einfach Im Moment fehlt Giro Einen wunderschönen guten Morgen Schön, dass du da bist Ich hoffe auch du hast ein schönes Wochenende gehabt Wollt ihr einen schönen Start in den Montag? So Eieiei, was haben wir denn hier? Also für die ESG haben wir jetzt momentan nur nichts geplant Außer ein bisschen fahren etc Und für Dezember die Eieieie Letzterinfahrt Jo Vielleicht Ja, vielleicht Knüpfen wir ja so an Einfach mal einmal im Monat Die Letzterinfahrt zu bekommen Für 1-2 Stunden Weißt du? Ja Das wäre das nächste Dann täglich schon so ein bisschen fahren Aber Das einzige was Da jetzt halt auf dem Programm steht Wenn Tom die Busse gemacht hat Dass die noch an Dich und an Johannes gehen Und das war's Oh, einfach ein bisschen mehr Fahren Ich meine Wenn ihr jeden Tag sowieso fährst Einmal Geht so? Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Haben die Katzenrandale geschoben, oder? Ich krieg's nur noch Verspätung rein Das gibt mal gar nicht Das gibt mal gar nicht Es gibt auch ehrlich gesagt im Moment keinen Bus Der mich reizen würde Irgendwie daran was zu machen Das kommt noch in Schweren zu Ja, vielleicht können wir ja ein bisschen was Mit neuen Karten reinbekommen Das wäre halt nicht schlecht Ich war gestern auf Bergmann mit Gestern schon Ach, ich bin mir nicht Fleißig war sie Fleißig, ne? Ach, ich bin ein bisschen Ach, ich bin ein bisschen Ach, ich bin ein bisschen Mittelfch